Hallo, mein Name ist Johannes Nocker. Ich bin Brandmanager bei der Audio-Technica Deutschland GmbH und für unsere Vertriebsmarke L&T's zuständig. Vor meiner Zeit bei Audio-Technica habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton bei einer der größten Broadcasting-Firmen Deutschlands absolviert. Nach dieser Ausbildung habe ich dort dann als Toningenieur und Kommandoingenieur gearbeitet. 2013 habe ich bei Audio-Technica als Mitarbeiter im technischen Support für L&T's angefangen. Dort war ich unter anderem für das Seminarangebot und die Produktschulung zuständig. Ich habe an den Markteinführungen von D-Life und Avantis mitgearbeitet und durfte deren Entwicklungsprozess begleiten. Seit 2019 bin ich Brandmanager. Ich sehe mich hier als Bindeglied zwischen dem Hersteller L&T's und dem Deutschlandvertrieb Audio-Technica. L&T's ist einer der größten und bekanntesten Mischpult-Hersteller der Welt und Teil der Audio-Tonics Group zusammen mit Digico, Calrec und SSL. 1969 in London gegründet, konnte L&T's schnell durch seine modularen Mischpult-Konzepte punkten und wurde bekannt durch Bands wie Genesis, Pink Floyd oder The Who. Die Entwicklungsabteilung im analogen Bereich hat sich immer weiterentwickelt. So können wir mittlerweile auf ein Mixed Wizard 4, eine enorm erfolgreiche ZDD-Serie und auf eine Xone-Serie, die von den besten DJs der Welt genutzt wird, blicken. Im Digitalbereich war L&T's ebenso Vorreiter. Man hat schon sehr früh begonnen, sich mit digitaler Audio-Technik zu befassen. Die Icon-Serie im Live-Bereich und das DR 128 im Installationsbereich setzten hier neue Standards. Weiter ging es dann 2002 bzw. 2005 mit der iLive und der IDR-Serie, gefolgt von GLD und QU. Diese Erfolgsgeschichte wird aktuell von SQ, Avantis, D-Live und der AHM-Serie abgerundet. Schaut euch gerne die Produktfamilien genauer an. Wir stellen hierfür umfangreiches Material zur Verfügung. Und bei Fragen könnt ihr euch selbstverständlich direkt an uns wenden. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.